Ja, hier ist es schon ordentlich wellig. Bisschen nicht gedacht, dass der Hafen hier so offen ist. Da ist auch gleich ein Beach. Hier gehen wir jetzt an. Jetzt liegen wir fest, die Fahrräder werden schon vorbereitet. Dahinten sind die Busse, dann müssen wir auch wahrscheinlich gleich hin. Für unseren Ausflug und es regelt mal wieder. Willkommen in Curaçao. Wir sind hier in Belladonna und müssen uns vorher unseren Schmuss vorerst mal schön stärken. Hier gibt es für jeden etwas. Ich esse erst mal ein Lachsboot. Guten Morgen! Wir haben das Schiff wieder verlassen. Wir werden jetzt einen Ausflug machen. Wir freuen uns schon riesig drauf. Hier in Curaçao ist gar kein Terminal. Da gibt es nur eine Zeltbude und die Busse stehen gleich davor. Alles sehr offen hier. Da hat man natürlich den vollen Wellengang. Wir können froh sein, dass es nicht ganz so wellig ist. Auch hier wird man empfangen von Touristenmanagern. Und kann dann auch Touren machen, ohne die von AIDA gemacht zu haben. Hier sind auch genügend Taxen da, die andere Leute mitnehmen. Da Curaçao nicht so viel für uns zu bieten hat, haben wir uns heute wieder für einen Bootsausflug mit Schnorcheln entschieden. Dafür müssen wir über die weiterhin sichtbare Königin Julianna Brücke fahren, um zu unserem Boot zu kommen. Das gibt schon mal den ersten Eindruck über die Insel und Wilhelmstadt. Hier stehen ein paar dicke Limousinen rum, kann man zum Heiraten benutzen. Wir sind jetzt hier angekommen und gehen jetzt aufs Boot. Ein Katamaran mit zwei dicken 300 PS Motoren. Das Boot war angenehm leer, sodass es kein Gedränge auf dem Boot gab. Das war sehr schön. Kaum aus der Hafeneinfahrt raus, haben wir auch schon die Bohrinsel gesehen. Die Bootsfahrten gingen gut los, doch ich war überrascht, als wir schon an der Bohrinsel angehalten haben. Die Schnorchelausrüstung wurde ausgepackt und es ging tatsächlich an der Bohrinsel ins Wasser. Mit diesem Bild hier wurde der Bootsausflug beworben. Bootstor und Schnorcheln inklusive Mittagessen. Die Realität sieht aber etwas anders aus. Es war so eine Mischung aus Industrietauchen und Lost Places. Aber es war trotzdem interessant und spannend zu sehen, was einen da erwartet. Die Moräne war das totale Highlight. Die Moräne war das totale Highlight und von der Verkaufsfluggerung. Die Moräne war das totale Highlight. Die Moräne war das totale Highlight. Bis jetzt, was die Verbinderung. Wie immer war das Schnauscheln zu kurz und alle mussten auf mich warten. Ich wurde an Bord gerufen, weil alle fertig waren und weiterfahren wollten. Es ging ein kurzes Stück um die Ecke rum und schon waren wir an Barbara Beach. An den Strand sind wir nicht gefahren, sondern an den Steg davor. Der Strand gehörte zum Hotel und den Durf war am vorderen Stück nicht benutzen. Aber über das Wasser kann man natürlich an den Strand gehen, aber wir sind auf dem Boot geblieben, weil es viel angenehmer war. Wir sind hier am Barbara Beach und hier dürfen wir jetzt schwimmen. Auf dem Boot werden die Hamburger vorbereitet, aber der hintere Bereich da hinten gehört zum Hotel, den dürfen wir nicht benutzen. Aber wir können hier den Bereich nutzen, die liegen nicht. Unser Standort bleibt also das Boot. Das war jetzt auch nur eine kurze Fahrt. Traumwetter, das ist Strandurlaub pur. Aber wenn man im Wasser ist, ist der Regen ja auch egal, oder? Ist das Wetter jetzt schön dringend? Man macht so ein bisschen weh, ne? Das ist ja ganz furchtbar hier im Regen. Also hier drin ist es wärmer wie draußen. Nach dem Strand geht es gleich relativ tief runter, man sieht also nicht viel. Wenn man aufwärmen will, geht es immer besser ins Wasser. Dann ist ja Regenzeit, da muss man immer mit ein bisschen Regen rechnen. Also hilft wirklich nur schön trinken. Bei Musik, Getränken und Burgern haben wir uns eine gute Laune erhalten, trotz des vielen Regens. Wir trinken uns das Wetter jetzt schön. Hier gibt es die Burger. Nicht so der klassische Ausdruck, wie man sich den vorstellt, aber doch cool. Ja, das ist doch wieder schön geworden. Wer PS braucht, der leistet sich natürlich sowas hier. Viermal richtig Power. Wir haben 600 PS. Das reicht auch schon. Das merkt man beim Fahren, dass das schon ordentlich Power bringt. Die Sonne ist jetzt wieder raus und man kann sehr schön baden. Das Wasser ist wärmer, wie die Luft. Das ist nicht kalt. Hier scheint die Sonne und da hinten ist Pechschwarz. Dann ging es auch schon wieder zurück. Der Strand lag gut geschützt in einer Bucht, sodass uns der Wellengang draußen gar nichts ausgemacht hat. Am Horizont sieht man die AIDA. Trotz anderer Erwartungen hat der Ausdruck trotzdem Spaß gemacht, aber vermutlich würden wir ihn so nicht mehr suchen. Poolstechnik ist nur ein kurzer Trip, aber es wird trotzdem sehr schön. Da drüben sind viel voller als wir. Wir haben echt Glück gehabt. Es war ja nur ein Halbtagsausflug. So hatten wir am Nachmittag noch genügend Zeit, Curaçao und Wilhelmstadt zu erkunden. Wir gehen jetzt nochmal in die Stadt. Und da hinten liegt unser Schiff. Und hier gibt es auch gute Cocktails. Happy Hour von 5 bis 7. Da sind wir jetzt am Tor. Und dann sind wir auch schon an der Alten Hafeneinfahrt. Hier ist er weihnachtlich. Das war eigentlich mit der Kunstfahrt, die wir heute mit einem früheren Anbieter. Schick hier. Hübsch hier, ne? Ja. Die Stadt ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Als erstes kommt eine kleine Burg und dann geht es über die Emmerbrücke in die Stadt. Wenn dieses Klingelzeichen eröffnet, heißt das, dass die Emmerbrücke jetzt gleich sich öffnet. Okay. Ja, und man sieht, wie die Brücke sich öffnet. Die Brücke wird einfach weggeklappt. Auch wenn die Leute noch auf der Brücke sind, das ist egal. Da kommt ein Segler rein. Und für den wird die Brücke aufgemacht. Der Segler ist durch und schon geht es auch wieder zu. Hier kommt die Brücke schon wieder zurück. Wenn die Brücke offen ist, je nachdem wie lange, kann man auch die Fähre nehmen. Na? Schon ein bisschen wackelig, ne? Wackelig! Das sind doch mal Liebesschlösser. Das ist Schlösser. Ah, gleich ein Foto. Da stehen zwei dicke Yachten vor der Brücke. Die ist extra so hoch gebaut, weil dahinter ist der große Seehafen, Containerhafen, Frachterhafen, Ölhafen. Da können auch die dicksten Schiffe durch. Ja, und schon wieder ein Schauer. Und das hier in der Karibik, wo wir da eigentlich auf Sonne gehofft haben. Bei den Brücken, da fühlt man sich doch gleich in Holland. Hier sind normalerweise die Märkte. Alles holländisch. Hier ist auch richtig Weihnachten. Aber Sonntag tote Hose. Leider war heute Sonntag, hier hatte tatsächlich alles zu. Das war natürlich Pech, weil auch in der Stadt eigentlich es gut zu shoppen gewesen wäre. Zum Glück hatten die Schuhländen auch zu. Nett gemacht. Bitte nicht anfassen. In der Mitte sitzt ein Mann. Das ist der Motor, mit dem die Brücke zur Seite gefahren wird. Zurück geht es wieder über die Emma-Brücke. Das Besondere ist hier, dass sie mit einem Motor und Schraube einfach zur Seite weggefahren wird. Damit die großen Boote durch können, die aus dem Hafen, der dahinter liegt, alle ins offene Meer fahren müssen. Das ist vorher hier. Gut gemacht. Da drüben kann man auch Stegs essen. Direkt über das Wasser. Toll. Die Brücke geht wieder auf. Aber für was? Die Brücke wurde geöffnet und ich dachte, das ist für den Tanker, der draußen zu sehen war und Richtung Wilhelmstadt steuerte. Aber leider war das nicht so. Es kam ein Schiff von innen raus. Das habe ich dann verpasst. Und der Tanker hat irgendwann abgedreht. Jawohl. Führerschau. Die lassen wir heute ausklingen in der Tapas Bar. Hier ist auch Weihnachtsstimmung. Hier gibt es nachher auch Weihnachtsgebäck. Am Abend sind wir Tapas essen gegangen. Während wir beim Tapas essen saßen, gab es eine kleine Weihnachtsfeier. Es ist schließlich zweiter Advent und es wurde kräftig gesungen. Marina kriegt Plätzchen. Ja, wir Weihnachten bald. Hey, die Kamera. Nein. Weihnachtsgarten. Dann ist auch schon da auslaufen. Ein Schiff durch den Knalfahren zu sehen an der Brücke wäre nochmal ein Grund nach Curaçao zu kommen. Ansonsten hat uns das jetzt hier nicht so überzeugt, dass wir wiederkommen müssen. Es geht weiter. Im Hintergrund sieht man noch die beleuchtete Emmerbrücke. Als nächstes fahren wir nach Bonner. Tschüss, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.